Ich konnte so lange dieser Frage ausweichen, hätte sie jetzt nur wirklich kommen müssen. Wir würden dann im Team nachfragen, was alle so momentan hören. Und Anna und ich würden zusammen eine Playlist erstellen. Klick klick. Klick klick, pam pam. Klick klick. Ich will das Mikrofon nicht. Kann man das verweigern? Ja, nein, was willst du dazu sagen? Ja, kann man nicht. Wir wissen alle nicht. Ja, keine Ahnung. Man kann es nehmen, wie man es will. Manchmal ist die Präzision vor der Stärke vielleicht. Vielleicht ein bisschen besser deswegen. Aber Ray, ich glaube, ich würde Ray sagen. Abgesehen vom Kommentar von Rage fühle ich mich wirklich geehrt. Danke. Hat man nicht gehört, dann werde ich ihn auch nicht erwähnen, falls sie ihn mal trifft. Ja, ich bin oft auf TikTok, aber nicht so oft auf Insta. Ja, das macht es weniger Schlepp. Ja. Eine Stunde vielleicht. Ja. Aber eine Stunde! Nein, meine Bildschirmzeit ist dreieinhalb Stunden. Das heisst eine Stunde auf TikTok. Oder eineinhalb. Zwei maximal. Ich würde sagen, es hat viele hier. Also ich bin nicht überzeugt. Ich denke, wir haben schon ein paar schlechte Fehler hier in der Mannschaft. Aber ja, ich nehme das schon an. Ja, ich brauche irgendwie eine gewisse Zeit. Ja, vielleicht zehn Minuten durch das Eisbad und dann ist er wieder runter. Nehmen Sie Stellung! Nehmen Sie Stellung! Ich konnte so lange dieser Frage ausweichen, hätte sie jetzt nur wirklich kommen müssen. Ja, ist halt, wenn man in Zürich wohnt. Nein! 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 Also, wir bekommen immer alle gleichzeitig ins Training. Ich komme zum letzten Bus, aber on time. Merci! Great. Assim! Giacer, dich! Ok! Jetzt wird dir zurück! Danke! Danke! Näh?